Hallihallo, heute spielen wir PC Building Simulator mit dem eSports DLC und ja ich habe einfach Lust darauf gehabt mal dieses Game zu spielen und dann dachte ich euch nehme ich gleich mal mit. Also hast du schon einmal PC Building Simulator gespielt? Ja, wir machen einfach alles normal und sind jetzt hier in unserer Werkstatt, hier sehen wir Dominator drauf, sind da wunderschönen Aio, Heart of Stone, ja klar, hier sind wir irgendwelche, oh Ford Fight, okay, Strong, wir haben hier mehrere PC Bauplätze, Werkbänke, okay, Schwamm, wir haben Schwamm. Okay, dann gucken wir doch mal, wir sollen in die E-Mails gucken. Okay, hier ist unser Kontakt, der den eSports Sponsoring Vertrag von Corsair regelt, interessant. Okay, unsere erste Aufgabe ist, 16 GB RAM aufzurüsten, vom Stau zu befreien und der PC muss bereit sein, um Heart of Stone zu spielen. Dann gucken wir doch mal, da sind schon 8 GB RAM drin und der Rest sollte ja wohl ausreicht, um Heart of Stone zu spielen, denke ich jetzt mal. Ja, packen wir den mal hier rauf und fangen schon mal an. Ach ja schon. Wir müssen erst, ah ok, wir sind's. Wir haben anscheinend schon die ganzen Sachen, die das hier alles so automatisch machen, das ist gut. Okay, ich habe ihn vom Staub gereinigt. Und jetzt brauchen wir erstmal den Main PC. Und wir müssen uns G-Skill Ripsor, warte. Okay, also der hier müsste es sein. Und dann machen wir eine Lieferung am nächsten Tag. Okay. Okay, der will uns ein Nebenshop noch andrehen. Mal gucken. So, wir haben auf jeden Fall den RAM bekommen, den wir brauchen. Und das heißt, wir werden den jetzt einbauen. Perfekt, fertig. Wer schreit mir denn die ganze Zeit? Okay, wir sollen einen Virenscan machen. An welchem PC? An dem, den wir jetzt gerade machen? Ja, wahrscheinlich. Okay, in dem Fall einmal den Virus Scanner. Heart of Stone. So. Und jetzt sind wir fertig. Achso, ne. Der würde noch ein bisschen Scanner haben. Scans worden. Dateien-Däubern. Ok. Perfekt. Fertig. Ok. Wir sollen hier einfach nur den Netzteil ersetzen. Für das Cooler Master MWI Bronze 600. 150 wahrscheinlich. Am nächsten Tag. Ok. Also wir fertig hiermit. Und wir können den Tag beenden. Und wir gehen zur Arbeit. Das hier ist kleine Bitte. Genau. Dann haben wir jetzt das neue Bild, wie das angeliefert wurde. Jo. Installieren. Ähm. Netzteile. Ähm. Okay. Fertig. Äh. Haben wir noch irgendwas bekommen. Okay. Wir sollen den PC von unserem Manager reparieren. Und hier sollen wir ein PC aufrüsten. Damit er... Heart of Stone schafft. Gaming 2G. Wird schon passen. Okay. Und die sollen... Das wollen sich ein Corsair HD 120 RGB LED einbauen. Einen. Gehen diesen PC noch rein. Das aus. Gehäuselüfter die installieren. So. Und packen dann neun Lüfterräumen. Aber das sind die hier sogar schon... Ne. Ne, das sind die Radiatoren. Ok. Gut, dann sind wir fertig, ne? Ne. Neuer Lüfter ist drin. Oh, der hier wollte Grafik... Schlafen? Ne. Okay, der wollte, dass ich die Grafikkarte austausche. Und muss auch noch die PCI Abdeckung runter. So. Fertig. Gern. Und was wollte der hier? Diagnose. Warum war's? Keine CPU gefunden. Oh. 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 Okay. Okay. Jetzt wieder. Funktioniert. Was? Was soll da? Ach, soll ich den Lieferbereich abstellen? Kriegen wir hin. Dark Renton. Oh. Jetzt kommen wir, glaube ich, in das krasse Stadion. Es ist Matchday. Okay. 2 TB. Okay. Ähm. 2 TB. 2 TB. Ähm. Ne. Falsche Seite. Äh. 2 TB. Also muss ich das mal bestellen, oder was? 2 TB. Wie haben sie? 200. Jo. Das ist gerade egal. Hm. Es geht alles. Okay. 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 Ähm. Ah. Ja. Okay. Cool. Ah. Na ja. Jetzt. Sie kann. Die ist zu viel im ganzen96 beginnen. Oh. Match läuft. Zeitverbleibend. Okay. Match läuft. ergebnisse haben wir gewonnen also wir waren wenn es ne ja wir haben gewonnen dank mir ja ich bleibe leicht in dem auge vor sehr sponsoren feedback zwei von zwei bänden wir bleiben erst einmal in vandals nächste woche neue diga von fortnight ford fight und wir haben eine neue nachricht wir haben ein geschenk bekommen wir haben einige neue aufzeige anscheinend bekommen also wenn euch das bis hierhin gefallen hat und ihr mehr sehen wollt schreibt in die kommentare lassen da oben da und wir sehen uns dann das lesen wir dann in der ok ok alles klar das lesen wird jo ist gut ja okay also wir lesen was auch immer hier ist geschrieben wurde in der nächsten folge wenn du reinhaben wollt bis dahin ciao